Hallo Leute, ja, wir sind hier auf dem neuen Rechner, wir sind mit einem neuen Hintergrundbild unterwegs und ja, wir werden die ein oder andere Einstellung nicht richtig haben, vielleicht klappt es mit dem Ton noch nicht, vielleicht klappt es mit dem Bild noch nicht so 100%, ich bin dann noch die nächsten Wochen wahrscheinlich da dran am Arbeiten, dass das alles rund läuft. Ja, aber ja, wollen wir mal schauen, Intro habe ich auch rausgeschmissen, da müsst ihr euch jetzt ein Logo nur angucken und dann ist ein kleiner Text dabei und dann switchen wir halt ins Spiel und das machen wir jetzt mal. So, dann sind wir jetzt im Spiel und ja, müssen wir mal schauen, ob das Intro so bleibt, weiß ich nicht, weiß ich noch nicht, muss ich noch drüber nachdenken, vielleicht wird es auch anders. Gut, wir sind jetzt hier drinnen, wir hatten letztes Mal irgendwo die Coffins angesprochen gehabt, da war es so, dass hier schon welche beerdigt worden sind, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es reinscrollen kriege, okay, also hier liegt schon jemand drinnen, dort auch, hier ist, sind alle schon belegt oder was, ach hier ist wahrscheinlich schon, Ja, diese sind wahrscheinlich schon ausgewählt, sind aber noch nicht beerdigt worden, gehe ich von aus, genau so sieht es aus, die sind noch offen. Das funktioniert erstmal hier schon mal, das ist schon mal gut, wir müssen jetzt hier unten noch weiter schauen, dass wir das da auch hinkriegen, in den weiteren Katakomben, wir brauchen aber auch noch Türen, jetzt ist die Frage, warum hier abgebaut ist und naja, werden wir sehen. Ich lasse mal weiter laufen gerade, Leertaste gedrückt und mal schauen, wie weit wir hier kommen. Also definitiv sollten wir hier schauen, dass wir noch weiter da hinkommen, oh jetzt, Türen waren das, nee, warte, jetzt bin ich hier falsch abgebogen, glaube. Ich glaube, Constructions war das, Coffins, ne, oder? Nee, aber wir können jetzt mal hier gerade noch eine Wall bauen, die da ist, Rock, Salt, Silviet, keine Ahnung, was da jetzt das Beste ist. Ich würde das einfach mal machen, dass da zwei gebaut werden und hier oben fehlt auch eine Wand, ist jetzt nicht ausgewählt, ne, leider nicht. Constructions, Walls und hier machen wir das auch noch damit, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber ich will mal hoffen, dass das dann einer macht. Doors und Hedges, aber ich glaube, wir haben keine Doors, oder? Nee, die müssen wir erst noch produzieren, Need Doors. Okay, das heißt, das haben wir noch nicht so weit. Furniture war hier Burial. Select Material after placement, here's closest. Jetzt ist die Frage, wie viel haben wir davon? Ach man, ich müsste das mal lernen mit der Tastatur umzugehen wieder. Furniture, Burial, und ich weiß nicht, muss ich die Shift-Taste drücken? Nein. Das war jetzt die Steuerungstaste. Ah klar, ne, gut geklappt, ne. Nochmal das Ganze allerdings jetzt mit Shift-Taste. Ne, make a workshop first, ah, ich hab keine mehr. Ach so, dann ist gut, okay, dann kann das nichts werden. Gut, der kann noch hin, das ist dann soweit erstmal okay. Die laufen jetzt hier gerade durch die Gegend, als ob sie nichts zu tun hätten. Okay, lass uns mal gerade gucken, dass wir hier hinkommen. Ah, ich muss das... Crowdstars Workshop, ne, das wollen wir nicht. Hier ist auch einer, aber der ist der andere. Wir brauchen jetzt... Den Masoner. Hier ist zwar alles mit Steinen drin, aber das ist eine Brewery, das ist Kitchen und so. Was immer hier, hier, hier sind wir doch richtig, oder? Der Woodfurnace muss noch gebaut werden. Hier ist der Metalsmith. Was war das für einer? Leather Workshop. Ah, hier ist es. Stoneworker, nicht Mason. So, add new task, und zwar... Coffin. Aus sold. Ja, macht er ja. Ja, ich würde den gerne... Ja, muss ich so machen, wahrscheinlich. Okay, autosave. Ja, komm, speichere weiter ab, damit wir weiter vorankommen. Add new task, coffin. Und ich mache noch einen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchten, aber ist jetzt auch nicht so ganz so entscheidend. Und dann hatten wir den... Ah, Woodworker hatten wir hier. Und add new task. Und... Was kann der alles machen? Warte mal... Also, wir können weiter runter scrollen. Und da sind die Doors. Ach, die sind hier schon. Make wooden doors. Haben wir niemanden, der es machen kann? Das ist unser Problem gerade, oder? Ja, da müssen wir mal reinschauen, ne? Okay, der heißt Baumfällen. Da. Hamadwarf, Militia, Okwene, Wiedwarfen, schon da. Drei Kinder und vier Erwachsene, ne? Hm. Wait for Combat Training. Ach so, da gibt es Combat Training, oder was? Also, ich glaube, Combat Training ist jetzt gerade nicht so das, was wir brauchen. Ah. Skills. Labors. Stone Carver. Das ist ein Carpenter. Aber wenn die jetzt hier aufs Dingens warten, Combat Training warten, dann haben wir ein Problem. Squad haben wir gar nicht, oder? Doch, da. Warte, da müssen wir nochmal raus hier. Back to Squad, ja. Und dann müssen wir hier aber ändern gerade. War das hier? Name the Squad? Ne, Name the Squad war das nicht. Farbe ist auch nicht richtig. Create New Squad. Nein, ich will die einstellen. Wo war das denn jetzt? So. Und dann hier unten. So, das haben wir. Jetzt müssen wir hier unten nochmal schauen. Welche Aufgabe die hier haben. Signed Training Order. Ich glaube, jetzt müsste es eigentlich so sein, ne? Aber die warten immer noch. Ich glaube, wir haben immer noch die Aufgabe, dass wir was lernen müssen, oder? Oder macht er es jetzt nur zu Ende und dann geht's weiter. Da ist die Trainings Order. Da ist die Trainings Order. Dann, natürlich. No orders. Warte mal. Dann müssen wir das da rausnehmen und ich glaube, jetzt haben wir's dann geschafft gleich, ne? healthy tired die eine ist jetzt schon weggegangen ja ich hatte jetzt nicht die zeit mir noch videos anzugucken aber das hier ist gerade nicht so das prickeln weil die da immer wieder hingehen und trainiert werden wollen und das müsste ich eigentlich loswerden aber wie click to the way das ist das war mir schon klar new click on the map ich will jetzt die nirgendwo hinkommen ich will dass die mir sagen mach nix no target nein ich will auch nicht dass sie irgendwo kämpfen nirgendwo hinschicken keine patrouille das ist ja auch nicht hier drin das passt hier ist verteidigen oder was da steht da oben das funktioniert nicht das hier ist seine training order und das hat es beendet ich brauchte nur hier das machen dann ist es beendet na super hat die wieder gut geklappt ne tante mimi wird meckern das weiß ich schon aber das ist jetzt mal so leider so jetzt ist die frage ob einer hochgegangen ist ins dingens eine carpentry und hier das macht das wäre noch schön zu wissen hier sind zwei mal die gleiche order oder und da kann doch eine von weg make wooden doors kann hier eine order reichen aber wir haben keine wooden doors liegt es daran dass wir auch kein holz haben oder datapalmwood linewood vielleicht musste ich noch das sagen was raus gemacht wird es geht aber auch niemand hin dense dropped glass ok da kommt auch niemand gerade hat er da kommt jetzt einer aber der geht auch nach unten wir haben ja fünf leute die werden uns irgendwann böse werden wir müssen gucken dass die wieder glücklich werden das ist unser größtes problem auch was macht er jetzt der geht auch weiter runter die gehen jetzt gerade alle irgendwie hier unten weiter runter oder täusche ich mich jetzt gehen sie wieder hier wo geht er denn hin er holt ihr was das ist ein geist oder was ist das hier das ist diese copper battle axe ne ich will jetzt den korps haben eigentlich warte machen wir pause was ist das hier kann ich natürlich jetzt doch kann ich jetzt auswählen ghostly der muss beerdigt werden damit der ghost weg geht ne ist etwas schwierig ne left click tollic usyn has become an armorer ok as winds and as soon as fortress das weiß ich noch nicht core has become an experience leader has become a military commander spring has arrived ok kann ich das weg machen ja miner cancels plant seeds need plant palmets spawns haben wir auch nicht mehr sehr schön toll uvasch english ghostly planta has been put to rest aha der ist beerdigt worden glaube you have struck pineapple opal ok das ist jetzt auch nicht wichtig und wer ist das ist das jetzt hier einer ne da sehe ich das nicht mehr ok hat auch nicht funktioniert sozusagen gehen wir mal wieder zu unserer basis hier hin lass mal weiter laufen 115 das ist nicht so doller population ist 7 ne und jetzt ist die frage wann hier einer was macht workers this worker is free to anybody to work ok vielleicht können wir den erstmal da reinsetzen solange aber das dürfen wir auch nicht vergessen dass der ok work orders work orders can be added for the shop make doors make doors 10 auf 10 das ist doch unser ziel hier oder jetzt nur die frage ob da einer hingeht und das macht auf der anderen seite sind die türen auch nicht das wichtigste oder wer wäre denn jetzt unser carpenter er geht jetzt auch wieder hier unten irgendwo hin ist wahrscheinlich auch ziemlich unmotiviert wie das so aussieht ist bestimmt einer von denen der auch jetzt hier oben bei den fünften bei ist er lauer hausing a present okay he times sprouts swords there she is frightened after being haunted by the dead okay okay da geht auch wieder einer runter Der ist da vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, was der geholt hat oder nicht geholt hat. Machen wir Pause. Was ist das hier für einer? Militärkommander. Das ist der Expeditionsleiter. Eton Wheelstruck Trusses ist verliebt. Okay, ich denke wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine überhaupt macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hoch lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Alegой layer. 0 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.